Hallo ihr Lieben, kurzes Hallo von der Azuo. Ich weiß, wir hängen schon wieder mit den Filmen nach, aber wir sind auf dem Weg in unseren Winterhafen und von daher sind wir eigentlich unterwegs auf dem Weg dahin oder wir gucken uns gerade noch ein Hörtchen an oder so und irgendwie fehlt im Moment ein bisschen die Zeit. Aber wir haben nur noch einen Stopp, morgen geht es weiter in den vorletzten Hafen vor unserem Winterhafen. Das wird Trofea sein und dann haben wir noch einen Monat Zeit bevor wir zurückfliegen und haben dann am Boot zwar noch einiges zu tun, aber dann wird sicher wieder mehr Zeit sein, dass ich euch Barcelona zeigen kann und alles was doch danach kommt. Denn da sind noch spektakuläre Dinge dabei. Aber damit ihr nicht denkt, wir haben euch vergessen, auf gar keinen Fall haben wir euch vergessen. Aber es fehlt wirklich einfach die Zeit und wenn wir irgendwie, ich mache ja immer meistens Donnerstag die Filme und wenn wir dann aber morgens irre früh aufgestanden sind und spät in einem Hafen angekommen sind, dann müsst ihr mir das nachsehen. Es fehlt wirklich ein bisschen die Zeit dafür und die Lust dann aber auch in dem Fall. Wie gesagt, wir sind da noch einen Monat im Hafen. Wir haben einiges mittlerweile über die Zeit ist doch einiges am Boot im Hagen. Da muss schon mal das erste Wasserkante wieder repariert werden. Spreehut und Bimi Top muss ein bisschen nachgearbeitet werden. Unsere Wasserkante muss erhöht werden. Da unten sieht es aus wie im Aquarium mittlerweile. Wir sind einfach hinten viel zu tief drin. Das lassen wir aber machen über den Winter. Wenn wir nicht da sind, dann sollen die sich darum kümmern. Aber es gibt hier das Teak Deck und all diese Dinge. Auf jeden Fall wird auch Zeit sein, um weiter in Barcelona und weiter zu gehen. Also bis dahin, liebe Grüße von der Azurico und bis bald. Tschüss.